Hallo, mein Name ist Angel von der Firma MakeYouTubeBadAgain. Wenn Sie nicht auch schnell und einfach mit wenig Aufwand viel Geld verdienen, dann habe ich genau das Richtige für Sie. Sie wollen auch so freshe und hippe Uhren tragen wie ich und Goldketten en masse besitzen, dann befolgen Sie diese Schritte. Es ist ganz egal, ob Sie Talent haben oder nicht, Sie brauchen lediglich eine Kamera und können auch direkt starten. Die Leute heutzutage sind alle wahrscheinlich ein wenig zurückgeblieben und daher kann schlechter Content auf YouTube richtig gut durchstarten. Und da sollten wir anfangen. Wäre es dann mit Fake Pranks, denn es wird eh keiner checken, ob das real ist oder nicht. Was? Kann mir das so nicht sagen? Noch Schatz, ich weiß ja jetzt gar nicht, worüber du mit mir reden möchtest, aber okay, schieß los. Natürlich, wenn bei diesem Prank irgendwas schief gehen sollte, was den Prank auflöst, lassen Sie es. Cutten Sie diese Fehlerstelle nicht raus, laden Sie das einfach hoch. Deswegen jetzt das unschlagbare Angebot. Für ein paar Ihrer Gehörzellen verdienen Sie richtig viel Geld und mit richtig viel Geld meine ich richtig viel Geld. Selbstverständlich haben wir uns nicht gescheut mit unserem Budget, Fake-Aussagen unserer zufriedenen Kunden jetzt für euch einzublenden. Make YouTube Bad Again hat mir sehr weitergeholfen. Damals habe ich aufwendigen Content gemacht und habe kaum was damit verdient. Und jetzt, wo ich dieses Programm benutzt habe, geht es mir viel besser und das Geld läuft. Hätte ich so weitergemacht, dann wäre ich auf der Straße gelandet. Deswegen nehmen Sie jetzt an unserem Programm teil Make YouTube Bad Again. Wir haben uns gerade dazu entschieden, dieses Programm Make YouTube Bad Forever zu nennen. Deswegen kaufen Sie jetzt unser Produkt Make YouTube Bad Forever. Sollte es einmal auf YouTube nicht laufen, habe ich ganze zwei Möglichkeiten für Sie, wie Sie später wieder ins Rampenlicht kommen werden. Versuchen Sie gar nicht erst sinnvollen Content zu liefern, denn dann enden Sie wie dieser Typ hier. Erste Möglichkeit, die gute alte Sexy Yoga Challenge. Wer kennt es nicht? Haut, Freundin. Da wir bei dem Thema Freundin sind, gibt es da sogar drei Möglichkeiten, wieder an Klicks zu generieren. Und zwar mit der ersten Freundin Schluss machen und die zweite Freundin ins YouTube Rampenlicht zu ziehen. Die dritte Möglichkeit ist ganz einfach der gute alte Schwanger Prank. Wer kennt die nicht? Da müssen Sie sich natürlich auch keine Mühe geben. Sie brauchen kein Schauspieltalent, wie am Anfang erwähnt. Das Ganze läuft von selbst. Du bist schwanger? Ja. No joke. Das ist kein Scherz. Kein Scherz. Nein. Das ist ein Scherz. Deswegen auch wenn Ihre YouTube Einnahmen den Bach runtergehen, können Sie sich hiermit wieder hochziehen. Deswegen vertrauen Sie auf unser Programm. Es kostet Sie lediglich ein paar Gehirnzellen. Oder die, die noch übrig sind. Das Ganze kann natürlich nur funktionieren, wenn Sie diesen Kanal auch kostenlos abonnieren. Hier werden Ihnen dabei keine Gehirnzellen zu Schaden kommen. Alles weitere, was Sie wissen müssen, ist natürlich unten in der Beschreibung. Kauft über meine Links. Die Videoproduktionen bezahlen sich hier nicht von selbst. Dann sehen wir uns sogar heute Abend oder morgen zu einem Livestream wieder. Bis dann. Der Angel ist raus.